Hallo und Willkommen bei Jerusalem, der Baston, wie ich immer sage, Welcome to my world, weil es heißt hier, my word, my word, auch wenn ich jetzt noch einmal weg bin. Ich bin schon, meine Tipps, und das ist my it. Hier zelebriere ich etwas ganz Besonderes. Amourage, das ist natürlich kein Schicksal, aber es ist ein wunderbares, luxuriöses Oldeportal. Das Schöne an der Geschichte ist, ich bedrehte den Volumenreger mal laut, damit ihr mich gut versteht, weil die Kamera hat keinen guten Traum. Das Schöne an dieser Geschichte ist, dass ihr jetzt unendliche Bankkonten habt. Zumindest die, die Zugriff darauf haben. Das haben nahezu alle. Und die es nicht haben, denen solche geholfen werden. Du schiebst die Leute für das Sachreuter, oder, das heißt, was wird das Sachreuter seit 5 Jahren ungefähr, und dann sollten sie bestimmt. Und, ähm, ja, es ist ein wunderbares Oldeportal. Es kommt in Samt gebettet. Da, Samt. Wenn man es eingreift, fühlt sich das ganz blauschig an. Das ist ganz angenehm. Und das ist der Pacolia. Schaut so aus. So, und es riecht nach La Gritte enthalten. Bei mir ist es 18 Klinien enthalten. Was es ein bisschen syphilig macht. Und viele andere sehr wertvolle Ingredienten, die ich nicht auswendig kann. Ähm, aber zurück zum, ähm, zum Text, den ich sagen wollte, äh, zur Aussage, die ich sagen wollte, ihr habt unendliche Bankkonten. Das bedeutet, erstens normal, ihr könnt so viel abschätzen, wie ihr wollt. Und dieses Wissen könnt ihr auf einen anderen IBAN eine gewisse Summe überweisen. Und die Summe, die ihr überwiesen habt, steht dann auf eurem Bankkonto gutgeschrieben. Beispielsweise, du hast jetzt genau, du hast 20.000 Euro am Konto und überweist 70.000.000 Euro oder 70.000.000 Euro oder 70.000.000 Euro auf ein anderes Bankkonto. Seht, ähm, das, was du überwiesen hast, auf deinem Bankkonto gutgeschrieben. Wenn du es einfach für einen anderen IBAN überwiesen hast. Sprach durch den Heiligen Geist und Wahrheit. Ich erzähle keinen Spaß. Das ist wirklich so. Mit den unendlichen Bankkonten könnt ihr dann leben. Für Elohim, den dreifaltigen Gott. Und das in voller Herrlichkeit. Bei mir ist es gemeint, in vollen Zügen. Die ganzen, die ganzen, ähm, ihr könnt alles kaufen, was ihr wollt. Was eigentlich von Grund auf gedacht wäre. Was jetzt sowieso jeder hat. Die freie Begriffe zur Verfügung. Ihr müsst nicht, ähm, selbst der Geringste, der nicht schweren Tätigkeiten gemacht hat, der nicht verstanden hat, wie etwas hergestellt werden kann oder muss. äh, werden muss. Ähm, der hat sich alles verdient, von Gott, dem himmlischen Vater aus, zu ähm, genießen. Ja? Habt ihr das verstanden? Und, da könnt ihr auch den Heiligen Geist zu viel fragen, möchte ich euch sagen. Und, ja, ich liebe euch, wollte ich euch noch sagen. Und. 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 Und das war sehr gut, um, das was in den letzten Jahren alles dann, ja.